Servus Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Mediensalon mit Christoph Krachten, also Sofie, ich, Patsuko, Kiki, Steve Heng, Dani, also einfach Dani und noch andere Leute, werdet ihr jetzt gleich auch noch sehen und bis gleich, servus. Und jetzt sind wir da, wir mögen den Salon im Kaffee-Netzwerk, noch nicht so tief los, aber schon ein paar sind auch. Ah, sind ein wahr YouTuber, die kennen wir doch. Oh geil, hast du dir meine kleine GoPro so mitgebracht? Ja, meine kleine Vlogging-Camp. Servus. Vlogging-Blog. Ich sage immer, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs, also von daher bin ich vielleicht ein guter Mensch, aber das ist auch das Einzige, wo das sagen wird. Nein, weil mir wahnsinnig viel daran gelegen ist, dass diese Szene blüht und gedeiht, weil das kommt allen zur Güte. Und ich finde es zum Beispiel auch ganz toll, dass ARD und ZDF sich jetzt nach langen Kreisen des Berges dazu entschieden haben, das über Angebote online zu stellen. Und was meine Einblicke, die ich bisher daran haben konnte, angeben würde, würde ich sagen, das wäre, glaube ich, wirklich ganz, ganz toll. Und warum das überhaupt so wichtig ist, warum online Video so wichtig ist, da sollte ich heute was zu erzählen. Und ich habe dazu ein bisschen mal in die Daten geguckt, deswegen heißt es auch heute Daten, Fakten und Fallbeispiele. Die große Frage ist ja immer, gut, ihr aus der Zielgruppe, gerade wo du gesagt hast, hey, die Zielgruppe ist da, super, herzlich willkommen, Zielgruppe. Super, ihr wisst wahrscheinlich am besten, wie man euch erreicht, aber wenn ich vor, ich sag mal eben, Redakteuren, Marketingleuten und sonst was sitze, dann versuche ich denen halt zu erklären, wie erreicht man die junge Zielgruppe. Und ihr wisst selber, ihr guckt kaum noch Fernsehen, das geht immer weiter zurück, sondern wenn ihr Fernsehinhalte seht, dann seht ihr sie online oder ihr überhaupt, und das ist eben die große Frage, wie erreicht man die junge Zielgruppe. Der Vortrag ist schon lange zu Ende und jetzt geht es an zum Gefängnis. Ich bin leider ein bisschen weggefuttert. Immer ein glänzer Flug. Mmh, yummy. Was ist denn mit Rotas? Ich bin schon fertig. Aber super. So Leute, das war's mit dem Medien Salon. Schaut bitte bei den anderen mal vorbei in den Kanälen, die ich gerade unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und wir sehen uns. Haut rein. Ciao.